Hannover Messe 2023, SEW EuroDrive, präsentiert sich wieder als traditionsreiches Familienunternehmen auf einem tollen, modernen und unglaublich gelungenen Stand in Halle 6. Unser diesjähriges Motto lautet Drive4Solutions. Wir verbinden effiziente Komponenten zu Lösungen. Zum einen der Drive in unseren Produkten in Lösungen, zum anderen aber auch der Drive des Unternehmens SEW EuroDrive. Damit präsentieren wir uns auch in diesem Jahr wieder als Familienunternehmen mit Traditionen und über 90 Jahren Erfahrung in der Antriebs- und Automatisierungstechnik hier in Hannover. Auch in der heutigen Zeit bleiben wir unseren Grundprinzipien des Unternehmens treu, effiziente und intelligente Produktbaukästen als Komponenten zu entwickeln und diese als Lösungspakete in den unterschiedlichsten Branchen lokal in 54 Ländern unseren Kunden anzubieten. So zeigen wir uns hier zum einen als innovativen Partner, zum anderen aber auch als attraktiven Arbeitgeber in der modernen Arbeitswelt, um auch zukünftig Innovationen mit unseren weltweiten Teams zu gestalten. Voller Stolz sind wir wieder auf die HMI 2023 gereist und wir hatten Freude, dass endlich wieder eine große Messe stattfindet, auf der wir uns präsentieren dürfen. Und wir folgen natürlich den Trends unserer Zeit. Ein Highlight auf der Hannover Messe ist natürlich auch Zukunfts-Energieträger. Wie können die eingesetzt werden? Was kann man mit modernen Energieträgern erreichen? Und die SWE EuroDrive ist hier aufgeschlagen mit einem Energiekonzept, das wandelbar ist, dass mobile Assistenzsysteme je nach Auftragserfüllung auswählen können. Und so haben wir eine Energiemodulwechselstation hier mitgebracht. Mobile Assistenzsysteme fahren an diese Energiewechselstation, holen sich dort ein Energiemodul mit einer Batterie oder mit einer Methanol-Brennstoffzelle. Das ist Systemlösungsgeschäft der SWE EuroDrive in einer Einzigartigkeit. Und deshalb sind wir voll stolz mit diesem Bewegungsmodell hier auf der Messe in Hannover 2023. Neben den Produkten geben wir unseren Besuchern auch einen Eindruck von Unternehmen SEW EuroDrive und seinen Menschen. Denn bei uns macht der Mensch den Unterschied. Ein Familienunternehmen als weltweites Team mit über 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nahe am Kunden, innovativ und nachhaltig aufgestellt, um Zukunft zu gestalten. Vertreter unserer Landesgesellschaften von allen fünf Kontinenten sind ebenfalls hier auf der Messe vertreten und selbstverständlich auch von SEW Indonesia in Jakarta, dem diesjährigen Partnerland der Messe. Und jetzt wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Messe hier in Hannover.